Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie heute dabei sind bei der ersten Ausgabe unserer Vortragsreihe oder Diskussionsreihe Forschenden Zeiten von Corona. Die Corona-Krise hat uns ja deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass Inhalte digital verfügbar sind. Sie hat uns aber auch die Grenzen aufgezeigt, also was nicht vorhanden ist und was man dringend brauchen würde und was eben passiert, wenn diese nicht zugänglich sind, wenn man eben nicht rausgehen kann. Icarus hat sich ja schon seit 20 Jahren circa der Idee verschrieben, das gesamte historische Erbe online zu machen. Und wir betreiben verschiedene Plattformen, eine für Matrikel wie Matrikula, eine andere für mittelalterliche und frühneuzeitliche Urkunden und eine andere, wo es darum geht, die Schätze aus Privatbesitz, aus den Schuhschachteln, aus den Dachböden, aus den Kellern zu bergen, zu sichern und zu veröffentlichen, damit eben die Geschichte der einzelnen Menschen in den Dörfern Europas gesichert und zugänglich ist. Das ist ein kulturelles Erbe, das unschätzbar groß ist und das dadurch gesichert wird. Heute werden wir uns widmen der Genealogie und der Plattform Matrikula. Wir haben zwei Gäste bei uns, Otto Amon, ein IT-Experte eigentlich, aber passionierter Ahnenforscher nebenbei und Georg Gaugusch, Historiker und in seinem eigentlichen Beruf auch was ganz was anderes. Und mit den beiden Kollegen werden wir jetzt diskutieren, was sie in ihren Forschungen Besonderes gefunden haben, welche Herausforderungen sie dabei begegnet sind und was sie sich vielleicht auch wünschen würden für die Zukunft. Damit darf ich gleich einmal unsere Kollegen bitten, sich ein bisschen vorzustellen. Otto, darf ich bitten, dass du beginnst. Bitte sehr. Mein Name ist Otto Amon. Ich bin vom nördlichen Weinviertel. Das ist die Gegend für alle, die vielleicht nicht von Österreich auszuhören. Das ist die Gegend nördlich von Wien, das ist das Weinviertel und ich bin ganz vom Norden, also von der tschechischen Grenze, an der tschechischen Grenze, eine kleine Ortschaft, die heißt Wilden-Dürnbach, dort bin ich her. Habe eine Schriftstizlehre gemacht, das Abitur, Abendschule, Wirtschaftsstudium an der WU Wien gemacht. Eine Spanierin geheiratet, war längere Zeit in Spanien und in Westafrika und wie ich dann wieder zurückgekommen bin, 1995, bin ich in die IT. Gerutscht und bin IT-Berater und Unternehmensberater für, also das ist SAP, das ist ein Data Warehouse-Modul, was es da gibt und Data Warehouse, Business Intelligence, lauter schöne deutsche Wörter sind das, die da herumschwirren. Ahnenforschung betreibe ich seit 1977 und unter Umständen auch war die Begegnung mit einer größeren Kopiermaschine in meinem ersten Job als Angestellter nach der Lehre Magda mitgespielt haben. Also das Kopieren der alten Ahnenpässe, das ist so die erste Erinnerung, die ich an die ganze Geschichte habe. In den 80ern bin ich mit meiner Mutter relativ oft in Kirchenarchiven gewesen und ab 1995, wie gesagt, der Rückkehr nach Österreich wieder, da habe ich mich wieder intensiver damit beschäftigt. Da habe ich in Microsoft Access auch eine kleine Ahnenverwaltung-App angelegt. 2013, gleichzeitig mit dem Tod meiner Eltern, habe ich dann zufällig Matrikula entdeckt und das war dann eigentlich so richtig der, wie Sie sagen, der Kick-Off, der Hype. Also da ist dann wirklich sehr viel mehr weitergegangen und ja, leider Gottes sind meine Eltern auch 2013 gestorben und deswegen kann ich das, was ich inzwischen erdeckt habe und das ist gar nicht so wenig, weil ich mit ihnen nicht mehr teile, wäre sicherlich sehr interessant gewesen. Ja, das ist das, was mich zur Anforschung gebracht hat. Und seit 2017 bin ich ja bei Ekerus Vorarl auch im Vorstand, also Protokollführer und eine Tätigkeit, die ich sehr gerne mache. Seit 2018 studiere ich auch Geschichte und ja, auch sehr interessant und ja, seit 2018 veranstalte ich auch einen kleinen Familienforscherinnen-Stammtisch in meiner Heimatgemeinde. Und nebenbei muss man auch anmerken, dass Otto Ammon auch die Aufgabe der Organisation dieser Diskussionsserie übernommen hat. Vielen herzlichen Dank, lieber Otto. Ja, und der andere Kollege macht im wirklichen Leben auch etwas, etwas, das man vielleicht noch viel weniger vermuten würde, nämlich er verkauft die feinsten Stoffe der Innenstadt, wenn ich in Wien, wenn ich das richtig so ausdrücken darf. Ja, also ich bezeichne mich ja als Selbstdefinition würde ich immer sagen, ich bin Schnittwarenhändler vom Brotberuf. Eigentlich mein Lebensmittel ist ein bisschen kompliziert. Ich bin ausgebildeter Biochemiker an der Technischen Universität in Wien studiert, habe aber gewusst, dass ich das nicht machen möchte als Hauptberuf und habe mich dann entschlossen, das Geschäft meiner Mutter zu übernehmen. Sie ist dann sehr schnell, also sie ist vorher schon krank geworden und ich bin da mehr oder weniger hineingefahren und mache das jetzt seit 2005. Nicht ganz unerfolgreich, denke ich. Und nebenbei befasse ich mich jetzt nicht mit Familienforschung in dem Sinn, also dass ich die eigene Familie erforsche. Das ist etwas, was mich jetzt nicht so interessiert, sondern mich interessieren historische Netzwerkanalysen, wenn man so will. Also mich interessieren ökonomisch genealogische Fragestellungen, wie schauen Familienstrukturen aus, wie schauen Unternehmensstrukturen aus, wie funktioniert das 19. Jahrhundert, das frühe 20. Jahrhundert ökonomisch und wie funktionieren die Familienzusammenhänge da drinnen. Also wie entwickeln sich, wieso werden Familien erfolgreich, wieso steigen Leute auf, wieso bleiben manche dort, wo sie sind. Und anders dafür war, dass in meiner Firma, die sehr alt ist, kennen Sie vielleicht Jungbund und Neffe am Albertinerplatz, gibt es seit 150 Jahren, ich habe die ganze alte Buchhaltung. Und in dieser alten Buchhaltung sind Auftragsbücher und diese Auftragsbücher, da sind immer wieder Leute gekommen und wollten wissen, ja, diese Dame gekauft hat, tauchte diese Frau auf. Und ich Student war, Ende der 90er Jahre habe ich beschlossen, die zu indizieren. Und nicht nur zu indizieren, sondern diese Leute aufzulösen, die in diesen Büchern vorkommen. Und das war bei den ganzen Aristokratinnen relativ einfach, aber mittendrin sind lauter Leute, die vollkommen in der Historiografie gefehlt haben. Also es gab keine Familie Mandl, Lothringer, lauter Leute, die man überhaupt nicht mehr gekannt hat. Und dann bin ich eben draufgekommen, dass das einfach eine Gesellschaftsschicht war, die extrem wichtig war im Europa des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Da sind die zu Vermögen und zu Kultur und Reichtum gekommenen jüdischen Familien gewesen. Und die recherchiere ich eben und habe jetzt zwei Bände schon geschrieben und der dritte ist jetzt in Arbeit. Der wird hoffentlich 2020, 2021 herauskommen. Wer einmal war, hat jetzt schon eine ganze Menge Seiten, das kann nicht viel viel. Und wird wohl, hoffe ich, mir gelingen, es nächstes Jahr abzuschließen. Es ist halt eine Herausforderung. Es ist ein schlimmer Buchstabe. Leider. Ja, das wäre eigentlich dann eh eine Frage, die ich an dich gehabt hätte, wann nämlich der dritte Band von diesem epochalen Werk erscheinen wird. Aber du hast es ja gerade schon gesagt. Also wenn Sie sich näher informieren wollen, schauen Sie ins Internet, wer einmal war. Georg Gaugusch, ein umfassendes Kompendium zur Geschichte des wiener jüdischen Bürgertums. Also wir haben hier zwei relativ unterschiedliche Zugänge zur Genealogie, zur Familiengeschichte, der persönliche und andererseits der eher objektiv wissenschaftliche Zugang. Jetzt würde mich interessieren, habt ihr ein bestimmtes Beispiel, das besonders interessant ist bei euren Forschungen, das ihr uns vorstellen wollt. Darf ich vielleicht mit dir, Otto, beginnen? Möchtest du uns vielleicht etwas zeigen? Ja, gern. Also ich habe ein Beispiel vorbereitet. Ja, also forschen in Zeiten von Corona eben, das ist ja unser Thema heute. Und mein Highlight, das ich da habe, ist Il Gondoliere nel Weinviertel. Also habe ich versucht, auf Italienisch zu sagen. Es hat einen Gondoliere ins Weinviertel verschlagen und von dem stamme ich ab. Und das bin ich eben, habe ich eben so 2014 erfahren. Also 2014 habe ich das herausgefunden. Welten Quellen in dem Fall eigentlich praktisch ausschließlich Matrikenbücher und das, was ich eben schon vorher, den Datenbestand, den ich vorher schon gehabt habe. 2017 habe ich zufällig erfahren, dass es eben in Wildendürnbach eine Familie gibt, diese Fritz, die dann auch in Wildendürnbach gekommen sind, wie ich dann noch erklären werde. Die sind da zahlreich in Wildendürnbach auch, das müssen sie nachkommen. Und ein Ehepaar, der Altbürgermeister, der ist da auf das gleiche Ergebnis gekommen. Und eigentlich zumindest, ja. Ja, und die sind auch auf das Ergebnis, zu dem Ergebnis gekommen. Und die Komplexität, um die geht es mir, die möchte ich dann erklären. Um sich einmal das Setting zu vergegenwärtigen, also Venedig kennen wir alle. Meine Ortschaft im Weinviertel kennen wir eher nicht. Das ist so ein kleines Dorf und das Haus hier, das ist das, wo unten links, unten rechts, in dieser Josef Fritz, oder geheißen, eingezogen ist, der Nachfahre von dem Gondoliere. Und das Ganze beginnt zur Zeit der letzten Türkenbelagerung von Wien, also 1683. Und im Vorfeld dazu, viele wissen das wahrscheinlich eh, aber ich rufe es in Erinnerung. Also das Osmanische Reich ist sehr groß und mächtig geworden, hat den ganzen Mittelmeerraum und den Balkan beherrscht und ist immer stärker Richtung Kölmisches Reich, also Wien als Hauptstadt vorgedrungen. Und es hat eine erste Türkenbelagerung gegeben und im Anschluss dazu hat Habsburg auch die ungarische Krone, die Wunder in der Stephanskrone, erwerben können. Allerdings nur ganz kurze Zeit, beziehungsweise nicht ohne Einspruch. Und vor allem, also die Osmanen sind da relativ hoch nach Norden vorgestoßen schon und haben im ganzen 16. und 17. Jahrhundert praktisch diese ungarische Tiefebene bedroht. Und Wien ist da nicht weit weg davon und somit ist das immer stärker bedroht worden. Es hat immer wieder Übergriffe gegeben, Grenzstreitigkeiten, also Grenzschwierigkeiten, die sind da halt plündernd immer wieder eingefallen, auch ohne Territorium zu erwerben. Und letzten Endes, also 1683, haben sie sich Richtung Wien in Bewegung gesetzt und das hat man natürlich schon im Vorfeld gewusst. Und da sind im Neunviertel, also hier, das ist Niederösterreich, dieser Teil hier, das ist die Grenze vom Römischen Reich gewesen, dieser rote Strich. Und dieser auch gelbe Bereich, das war der in Habsburg gehörende Teil von Ungarn. Und das andere war eben osmanisch, türkisch-osmanisch, wie man besser sagt. Und also die kommen jetzt. Und das hat man, wie gesagt, vorher gewusst. Und dann sind von den Landständen in Niederösterreich, der niederösterreichischen Landtag, die haben beschlossen, dass bestimmte Burgen eben als Wehrburgen wieder hergerichtet, in Stand gesetzt werden sollten und dann zur Verteidigung dienen. Vor allem nicht zur Verteidigung, sondern zum Schutz der Zivilbevölkerung. Und eine dieser Burgen, also hier sehen wir noch eine ältere Darstellung von diesem Weinviertel, von dem Bereich nördlich von Wien. Da ist die Teier oben als Grenzfluss. Und das ist Dürnbach, das ist Wildendürnbach und Hagenberg. Von dem spreche ich jetzt da, von diesem Hagenberg, wo eben diese Burg steht. Die hat so ausgeschaut, so 1670, eine Darstellung von Georg Matthäus Fischer von der Topografie aus Jörg. Und der Besitzer, ein gewisser Graf Theodor von Sinzendorf, der muss einmal in Venedig gewesen sein, das hat ihn fasziniert offenbar. Und er hat sich von da drei Gondeln und drei Gondoliere kommen lassen. Beziehungsweise die angeheuert und die sind gekommen. Und er hat den Burggraben bei den Instandsetzungsarbeiten eben größer ausheben lassen, hat einen kleinen See anlegen lassen, aufstauen lassen, einen kleinen Bach und drinnen eine Insel mit so einem Lusthäuschen gemacht, damit man da wieder rumrudern kann. Und wenn man dort hinfährt, da gibt es noch immer eine Beschilderung, die eben da auch diesen Zusammenhang da nochmals erklärt. Und um 1700 war sogar der Kaiser Leopold der Erste mit seinem Sohn Josef dem Ersten einmal da oben und sehr verilustriert darüber, da herumgerudert zu werden. Also das, ja, das war so. Und ja, jetzt, wie komme ich zu diesem Vorfahren? Also den hat es von Venedig nach Hagenberg verschlagen, war dort Gondoliere, sein Sohn war Maurer. Ein Enkel hat nach Altenmarkt geheiratet. Seine erste Frau, da hat er in ein Bauernhaus eingeheiratet. Das waren eigentlich Schuster, die haben Fritz geheißen, kommen ursprünglich eigentlich von einer Nachbargemeinde von Hagenberg, von Gnadendorf. Und wie gesagt, dieser Enkel, der zieht nach Altenmarkt und heiratet in ein Bauernhaus ein, ist Bauer. Seine Frau stirbt und als zweite Frau holt er sich die Enkelin von diesem Gondoliere nach. Eine gewisse Olive. Und ja, den sein Sohn wiederum kann auch nicht auf diesem Bauernhof bleiben. Ein öterer oder ein öterer Bruder erbt den Hof und er zieht nach Frettingsdorf und kann in Frettingsdorf reinheiraten. Und den sein Sohn wiederum in Ernstdorf. Und den sein Sohn über eine kleine Ortschaft, die da nicht, ja, Kottig-Neusiedel hier, wo die Mutter in zweiter Ehe hin heiratet, er heiratet dann nach Wildmund-Jörnbach. Wenn man sich das in meiner Ahnenaufstellung, also in meiner Ahnentafel anschaut, dann sind das die Fritzen, diese Johanna Fritz hier, also wenn man da so rüber geht, das ist die Tochter von diesem Josef Fritz. Und ja, also noch von der Ahnentafel, noch von den Namen her und so weiter, dieser Josef Fritz, also mein Ur-Ur-Ur-Großvater, Ur-Ur-Ur-Ur-Großvater, der ist eben 1848 hat er noch in Wildmund-Dürnbach geheiratet und so ist es noch hinten aufgedröselt, wie eben sich diese Ahnenaufgalerie aufbauen. Also wir waren da in Möturdach vor einigen Jahren, also das sind so Fritz-Nachfahren in Wildmund-Dürnbach, die da eine Führung bekommen haben von derzeitigen Besitzer. Und über einen Kollegen der Ahnenforschung, der auch sich sehr stark auch mit der Nachfahrenforschung eben auseinandergesetzt hat, der kommt von Petronell, das ist da an der Donau Richtung Ungarn und der hat Verwandte bei den Habsburgern, also irgendwo nicht direkt, sondern eine Habsburgerin in zweiter Ehe hat eben einen, weiß ich, Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großonkel von dem geheiratet, ohne Kind, ohne Nachfahren in dem Fall. Aber über diese vier Ecken ist der praktisch mit den Habsburgern verwandt. Und der hat mir diese Aufstellung geschickt, weil seine Tochter und meine Tochter, die haben jetzt etwas gemeinsam, nämlich, dass der Vorfahre meiner Tochter der Gondoliere war, der nicht Vorfahren in dem Sinne doch verwandtschaftlich in meinem Verhältnis von seiner Tochter, nämlich eben den Kaiser Leopold und seinen Sohn, den späteren ersten Leopold Josef, da gondoliert hat. Das ist so ein Highlight von mir, dass ja so zufällig man da auf die Dinge draufkommt. Ja, das war es eigentlich von dem her. Ja, vielen Dank, lieber Otto. Also das ist ja wirklich unglaublich. Wilden Thürnbach in der niederösterreichischen Pampa, wenn ich das so sagen darf. Ja, und da verschlägt es dann einen Gondoliere hin, beziehungsweise hat man dort seine Vorfahren in Venedig, in einem Kanale Grande sozusagen. Einfach großartig. Georg, ich glaube, du hast aber auch ein sehr spannendes Beispiel für uns vorbereitet. Ja, ich habe mir gedacht, wie wir da uns abgesprochen haben, wir reisen doch alle und jetzt können wir nicht reisen. Ich habe beschlossen, ich werde vielleicht auch eine kleine Geschichte versuchen zu erzählen, was Familienforschung sein kann, abseits eben jetzt, wenn man so einen persönlichen Zugang hat, sondern einfach mal neutral herangeht. Ich bin ja jetzt beim dritten Band und der dritte Band, wie ich schon angedeutet habe, besteht also vornehmlich aus dem Buchstaben S. Und S ist natürlich ein Albtraum, weil S so viel ist. Und einer, den ich dann irgendwie noch nicht geschrieben hatte, wo ich beschlossen habe, eigentlich ist die Corona-Krise ein ganz guter Zeitpunkt, mit diesem Kapitel anzufangen, ist die Familie Schwabacher. Und dieser Herr Schwabacher ist insofern ein interessanter Mann, weil er ist am Bankier in Ägypten und kriegt 1869 einen österreichischen Ritterstand, dass er so vergleichsweise früh ist. Und die Frage ist natürlich, was wie, also normalerweise noch vor 10, 15 Jahren, wäre es vollkommen undenkbar, unmöglich, oder sonst irgendwie eine Idee gewesen, zu diesem Herrn Schwabacher auch noch irgendwas zu finden. Wir hätten keine Ahnung gehabt, wir hätten keine anderen Online-Ressourcen gehabt. Es wäre ein einziges Desaster gewesen. Man hätte einfach keine Aussage treffen können, so muss man es, glaube ich, formulieren. Man kann zudem nicht viel sagen, außer dass er eben beim Klinik war. Und wie kann man sowas jetzt anfangen? Und da ist natürlich ein bisschen die Grenze des Digitalen, weil um das Digitale nutzen zu können, dann muss ich zuerst einmal ins normale Archiv. Und das habe ich natürlich schon im Vorfeld gemacht und habe mir den Kabinettskanzlei-Akt besorgt. Und wenn Sie das schön lesen können, dann sehen Sie da auf der linken Seite, dass der Bankier Schwabacher, ein aus Pressburg gebürtiger K&K-Untertan und also sich Associee des ersten Bankhauses in Ägypten, Herrn Oppenheim, Nevin & Company, ist ein Vermögen von mehreren Millionen Besitze. Das ist so ein Kabinettskanzlei-Akt und aus diesem Kabinettskanzlei-Akt geht eben schöner vor. Also wir wissen schon einmal eine erste Kerninformation, erstmal österreichische Staatsbürger. Klar, sonst hätte er den Ritterstand nicht gekriegt oder nur ausnahmsweise, was aber nirgends steht. Aber er ist aus Pressburg und er ist österreichischer Staatsbürger und oft war, ist das schon einmal ein Hinweis. Und wie kommt man dann weiter? Man muss natürlich probieren, okay, er heißt Schwabacher, der Name ist jetzt nicht wahnsinnig häufig, vor allem nicht in Pressburg. Ich habe aber ein bisschen Glück. Also wir erfahren natürlich in dem Akt, dass er mit Vornamen Heinrich heißt, mehr aber auch nicht. Und in der Partezettelsammlung vom Adler, die ja immer eine sehr gute Quelle ist, wenn man so absolut ins Nichts hineinstoßen muss. Ich hoffe, das sieht man. Man sieht jetzt den Partezettel, hoffe ich. Und da haben wir Glück. Im Adler haben wir den Partezettel von einem Herrn Schwabacher Sohn. Das ist ja mal schon ein bisschen eigenartig. Aber wenn wir es genau anschauen, finden wir da drauf einen Heinrich. Na, das könnte ja unserer sein, wenn wir Glück haben. Also zumindest ist das der einzige Schwabacher, der in Wien am jüdischen Friedhof liegt. Und aus Pressburg ist er auch. Die Frau auch. So wie Heinrich Schwabacher wird es nicht gegeben haben. Also wir können das mal als Arbeitshypothese hernehmen. Und bis jetzt haben wir natürlich lauter Dinge, die nur analog vorliegen. Und jetzt haben wir natürlich viel schon recherchiert. Und tatsächlich, wenn man jetzt in die Konskriptionsbögen der Stadt Wien geht, das ist also eine wunderbare Quelle. So. Da ist er. Sieht man ihn schön. Simon Schwabacher. Schwabacher Sohn mit der Gattin und den ganzen Kindern. Und er wohnt also im Haus 557 auf der Buchlauben. Und wenn man jetzt in die Matriken geht, die Gott sei Dank online verfügbar sind, kommt man drauf. Also der kriegt in Wien noch ein paar Kinder. Und jetzt kann man natürlich denken, so gut, was ist mit denen? Man schaut in Anno. Man findet über Anno heraus, diese Schwabachers gehen offensichtlich nach Paris. Und es hat ja noch eine Zeit gegeben, da konnte man reisen. Und beim Reisen, meine Frau und ich, wir gehen ja immer über die Friedhöfe. Wenn man in Paris über die Friedhöfe geht, dann entdeckt man dieses wunderbare kleine Ding. Es ist eine Gruft, ein Gruft-Mausoleum am Friedhof in Montmartre. Und über der Tür, wunderbar, die Familien Schwabacher und Granichstetten. Und jetzt kommt der Punkt für mich, wo ich sage, ich betreibe jetzt Netzwerkanalysen, weil wer wohnt natürlich noch im gleichen Jahr, im gleichen Haus auf der Tuglauben? Die Familie Granichstetten habe ich auch vorbereitet. Und da sieht man also die Granichstetten. Und wenn man dann noch weiter die Netzwerkanalyse betreibt, dann kommt man drauf, dass der Herr Granichstetten ein Fräulein aus Tanzig heiratet. Und der Herr Schwabacher heiratet auch ein Fräulein aus Tanzig, nämlich der Rudolf I. und das sind natürlich Schwestern. Und diese vielen Kinder von dem Herrn Schwabacher, ungefähr kann man sich das so vorstellen, das ist wie eine so eine tropische Frucht. Der hat zwölf Kinder mit seiner Frau und diese zwölf Kinder bleibt kein einziges in Wien, sondern einer geht nach Paris, London, Ägypten, New York, Konstantinopel, Ägypten. Und das ist eigentlich schon faszinierend. Also eine aus dem Nichts heraus. Und wenn man dann natürlich forscht und forscht und forscht und forscht und forscht, kennt jeder. Und man quasi die Online-Quellen, die wir heute zur Verfügung haben, in dem Fall nicht matrikular, weil Paris oder Frankreich, das ist nicht wirklich der Schwerpunkt. Aber dann findet man natürlich dann auch den Herrn Schwabacher. Und das hier ist zum Beispiel, da sieht man ja noch schön mit de Schwabacher. Das ist aus dem Pariser Etat Civil, aus dem Jahr 1904, seinen Tod. Und tatsächlich, wir haben die Arbeitshypothese, die wir zuerst hatten, dass er der Sohn des Simon, nämlich de Schwabacher und der Betty Goldschmidt ist, hat sich bewahrheitet. Und das zeigt uns auch gleichzeitig, das finde ich auch immer so interessant, warum aus den romanischen Ländern Sterbeeinträge so wichtig sind. Das ist, wenn man im Adler Bibliotheksdienst macht, die haben dort die Tradition, dass im Sterbeeintrag die Eltern stehen, was ja bei uns vollkommen unüblich ist. Dass in einem Sterbeeintrag irgendwas, manchmal steht ja nicht einmal der Geburtsort im romanischen System, aber ist der Sterbeeintrag so sehr zentral, weil eben die Eltern stehen, die Ehefrau, auch wenn sie schon tot war oder verehelicht oder verbittet ist. Also der Sterbeeintrag hat eine ganze Menge an Informationen. Und tatsächlich, also da haben wir so einen ganz klassischen französischen Sterbeeintrag. Und jetzt habe ich natürlich nach, nachdem die ganzen Online-Ressourcen im Wesentlichen zugänglich waren, gesagt, na gut, jetzt gehen wir dann ins Archiv und wie das großartige Wiener Stadt- und Landesarchiv wieder aufgesperrt hat, habe ich mir natürlich gleich den Verlassenschaftsakt vom Simon Schwabacher besorgt. Und tatsächlich, der ist erhalten, großes Glück. Und auch da bestätigt sich halt alles. Also da sieht man eben schon den Simon Schwabacher, Juwelenhändler, das Sterbedatum, die Frau, da sieht man schon die Papette Schwabacher derzeit in Paris. Und dann natürlich haben wir großes Glück, da steht teilweise Geburtsdaten, Altersangaben, Großjährige, Minderjährige Kinder, wo die wohnen. Und der Verlassenschaftsakt ist natürlich ein Traum, weil Minderjährige Kinder, das heißt, da wird einmal schon länger verhandelt und dann findet man ganz viel heraus, wo die dann wohnen in Paris. Und wenn man in Paris mal eine Adresse hat, ist es natürlich dann... Das ist halt dann so schön, dass eben das Verknüpfen von analogen und digitalen Quellen, das ist dann eigentlich fast der Headtrick, den man hat. Also so mein Corona-Kapitel wird das werden. Ich glaube, ich werde es nicht so nennen, aber ja, also das wäre so meine Idee, einmal was man so machen kann, wenn die reale Welt abstürzt. Ja, vielen Dank, lieber Georg. Also du hast ein gutes Schlagwort gebracht. Was passiert, wenn die reale Welt abstürzt? An welche Grenzen stößt man da? Das heißt, wir haben jetzt ja auch wunderbar gesehen an diesem Beispiel, man kommt bei gewissen Dingen noch nicht wirklich ganz online durch, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil genau eben das ist das Problem. Also man kommt, man braucht, man kann gewisse Schritte tun und dann braucht man eigentlich die analoge Quelle oder den Friedhof oder was auch immer, um dann wieder digital weitermachen zu können. Was glaubst du, wie weit entfernt sind wir noch vom vollständigen digitalen Paradies? Naja, ich würde sagen, wir haben die ersten zwei Millimeter von einem Marathon. Bei Matriken, das ist ja etwas, was bei den Familienforschern so ein bisschen problematisch ist, dass Matriken erstens einmal leicht fasslich sind, zweitens sich digitalisieren lassen, drittens verfügbar sind, aber doch schon in vielen Ländern werden die analogen Quellen natürlich lange nicht so verwendet. Aber um wirklich, sage ich jetzt einmal, eine vertiefte Analyse, muss man vielleicht auch so sagen, nicht jede Familie oder nicht jeder Mann hat natürlich schlägt in die Quellen durch. Das muss man ja auch einmal immer sagen. Dass jemand in der Quelle, in die Quelle durchschlägt, hängt von seinem sozialen Rang ab, im Wesentlichen, oder von seinem Vermögen oder von der Tatsache, ob sich irgendeine Behörde für ihn interessiert. Wenn jemand ein Leben lebt ohne Einkommen und ohne Vermögen und die Behörde interessiert sich auch nicht für ihn, also er ist nicht straffällig oder flüchtig oder sonst irgendwie, dann wird er einfach auch natürlich in Quellen wenig Niederschlag finden. Wenn der kein Hausbesitzer ist, ist er in keinem Grundbuch. Und das ist natürlich davon abhängig. Wenn man so eine Familie erforscht, die so wahnsinnig international ist, da stößt man dann wieder an andere Schwierigkeiten. Wenn man so wie der Otto sagt, okay, ich habe jetzt einen relativ engen Raum, sich verglichen mit wenn Schwabach ist das Müllviertel oder das Weinviertel ein überschaubares Areal, dann ist das natürlich leichter möglich, nur mit Matriken zu arbeiten, aber jetzt, was mache ich zum Beispiel mit Konstantinopel, da habe ich überhaupt nichts. Da gibt es auch nichts online, kann ich nichts dazu sagen. Oder sagen wir noch nicht. Oder noch nicht, ja. Nur mit Matriken geht es in der Regel nicht, das möchte ich halt noch dazu sagen. Und das ist halt oft ein Fehler, den viele dann auch machen, dass sie Matriken durchschauen und schauen und schauen und schauen, anstatt sich eine andere Strategie zu überlegen, wie kann ich den räumlich besser eingrenzen und mir das ersparen. Weil natürlich Matriken durchschauen, da brauche ich nur ein bisschen müde sein und schon ist die Seite überblättert, die mich interessiert. Es gibt ja auch ein ganz kniffliges, konkretes Problem, das der Otto hatte, wo, glaube ich, die Eltern nicht eingetragen waren in den Matriken. Genau, ja. Und es gibt aber Wege und Möglichkeiten, wie man dieses Problem umschiffen kann. Otto, magst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Gerne, ja. Das ist richtig und der Georg hat vollkommen recht, mit einer Quelle alleine wird man nicht durchkommen. Also man braucht hier schon um Fleisch an die ganze Sache, wie man da immer wieder sagt, zu bekommen, ganz einfach auch andere Quellen, mit denen man das quercheckt und erweitert. Und ich habe da ein Beispiel dafür. Also das ist das zweite Beispiel. Die Herkunft des Fleischhauers Ignaz Müller heißt dieser Fall. Und dieser Ignaz Müller hat 1773 bis 1816 gelebt. Ja, also diese Forschung habe ich in den Jahren 1983 bis 2014 gemacht. 1983, mit meiner Mutter war ich da im Pfarramt in der Propstei in Staats und habe diese Fleischhauer, die dort in Enzersdorf praktisch lokalisiert wurden, letzten Endes uns angeschaut und da sind wir nicht weiter zurückgekommen. Und schließlich habe ich dann in Verbindung von Nachlassabhandlungen und Protokollbüchern der Fleischhacker Zunft in Laar eine Lösung bekommen. Und diesen Fall würde ich gerne euch präsentieren, wie sich das ein bisschen abgespielt hat. Und schauen wir mir an. Also in den Matriken generell, in Matrikenbüchern findet man je nach Verfassung des Matrikenbüchers, weil natürlich nicht jeder Pfarrer war da vielleicht gleich fleißig oder gleich sorgfältig. Dann hat es natürlich auch Kriege gegeben und alle möglichen Viren oder Perioden von Epidemien und so mit vielen Toten, wo dann die ganz einfach auch nicht nachgekommen sind, um das richtig zu führen oder eben wo Fahrer zugereist sind von woanders sich nicht richtig ausgekannt haben. diese Qualitäten sieht man dann mit dem Wechsel auch der jeweiligen Matriken Führer in Deutschland. In Österreich sagt man Matriken und in Deutschland sagt man Matriken. So, also eine gewisse Struktur bei Daten vor circa 1850 ist mir aufgefallen, in Taufbüchern bestätigen im Einzelfall oft nur, was ich aus den Trauungsbüchern auch schon weiß. Aus den Trauungsbüchern erhalte ich oft erst die Information der Vorgeneration. Also ich fange an mit irgendeinem Josef X und im Taufbuch finde ich die Eltern dazu, dann suche ich mir die Ehe, die Trauung der Eltern und erst bei den Eltern praktisch komme ich dann wieder auf die Großeltern und so weiter und so fort. Oder eben auch nicht. Da gibt es eben Beispiele, wo das sehr schön ist. Also in der Regel steht im Trauungsbuch ein Trauungsbucheindruck Josef X Sohn des und der heiratet die Y Tochter des und der und also des und der und in meinem Fall steht in dem Nordrat Ignaz Müller Fleischhauermeister von Enzersdorf und sonst nichts. Und das ist natürlich schwierig und wie kommt man da weiter? Also wir sind damals 1985 mit meiner Mutter sind wir nicht weitergekommen. Ich das schaut so aus als das ist meine Mutter Margarete Müller Großvater und wir kommen die Müller zurück. Also bis zu diesem Ignaz kommen wir und das war in Enzersdorf und da war noch eben Sensee wie man so schön sagt das war aus wir kommen nicht weiter. Wenn man sich das praktisch in meiner Stamm in meiner anderen oder Familien App die ich mir erstellt habe mit meinem Success dann schaut das so aus. Jetzt sieht man hier Otto Amon und Remedios Vega Gomez praktisch also das sind meine Geburts und Sterbedaten in dem Fall wenn es zutreffen würde zum Glück nicht meine Familie meine Tochter und hier bin ich eingebettet mit meiner Schwester in der Familie meiner Eltern und von der Person die wir sprechen also meine Mutter Margarite Müller kommt aus einem Fleischhabbetrieb das ist der Franz Müller und den sein Vater der Josef Müller Karl Müller Jakob Müller und wir sind zurückgekommen bis zum Ignaz Müller und beim Ignaz Müller den ich jetzt hier als Referenzperson als Probanden habe als Hauptperson der hat die Juliane Höbert geheiratet in Ames war diese war diese Ehe und da habe ich die Doku auch und da steht eben nur da ja das kann ich groß machen und da steht dann nur da also 29 Jänner Ignaz Müller Fleischhauermeister von Enzersdorf aus Enzersdorf Nummer 35 das war das Wirtshaus und die Fleischhauerei 24 Jahre alt das wusste ich und ledig das wusste ich auch aber sonst also von den 24 Jahren und da das im Jahr 1797 98 war da muss da so ca. 1773 74 herum geboren sein aber sonst habe ich nichts gefunden und ich habe viel gesucht und das was ich jetzt gerade gesagt habe das kann man eben noch auf der Karte so nachvollziehen also meine Mutter in Wildendürnbach ihr Vater Fleischhauer in Wildendürnbach der Großvater von ihr in Narupasdorf kam ursprünglich von Neudorf den beziehungsweise Neudorf hat er eigentlich gelernt war der Straßerpäpsch beim Straßafleischhauer gearbeitet hat und gelernt hat sein Vater war in Wesselsdorf beziehungsweise geboren wurde er in Walterskirchen und den sein Vater wiederum kam von Staats und den sein Vater aus Enzersdorf das ist eben dieser Ignaz das sind wir und wie geht es weiter zurück was mache ich ich bleibe natürlich bei der gleichen Quelle nämlich bei Matrikula und such weiter und ich suche und ich suche und alle diese Kreuzer diese schwarzen sind die Matriken die Pfarren die ich da eben virtuell online abgeklappert habe und ich habe das eine oder andere gefunden Fleischhauer die auch Müller heißen aber ich konnte letzten Endes diesen Missing Link nicht finden und auch nicht welche Fleischhauer Müller jetzt wirklich zu meinen gehören weil Müller ist wie bekannt ist ein recht häufiger Name und es gibt eben auch parallel mehrere Fleischhauer Familien die Müller geheißen haben so durch die Jahrhunderte durch gut die Lösung erfolgt letzten Endes durch Reisen also das ist der Stand so praktisch was ich damals gewusst habe und und dieser Link der hat mir dann gefehlt dieser Ignaz Müller von wo kommt er und ich bin dann ins Niedostoyische Landesarchiv nach St. Wölten gebilgert und habe dort die Nachlass Abhandlungen durchforstet beziehungsweise mit mir ausheben lassen und gesagt ja ich brauche das von von Enzersdorf weil da dieser gestorben 1816 und habe das dann auch präsentiert bekommen das ist so ein dickerer Stoß den macht man dann auf da sind schöne Schnüre drauf und dann blättert man da durch und findet seinen Akt und das ist in dem Fall dieser hier und in so diesen Nachlass Abhandlungen sind zwei Sachen die wirklich für die Detektivarbeit der Vorfahren Suche relevant sind das eine ist dort wo es um die Erben geht da sind die erbberechtigten Kinder aufgeführt und die Ehepartner natürlich die man da in der Regel schon weiß aber man weiß im Kontomstehenden auch da ist eine Frau dabei eine Tochter die hat geheiratet und heißt das anders und vielleicht steht sogar dabei wo sie zum Beispiel das Dienstmarkt in Wien ist oder was dann kann man da eventuell was auch über die finden und das ist das eine was interessant ist im konkreten Fall von dieser Abhandlung sind die Erben die vier ehelichen Kinder Elisabeth 17 Jahre Jakob 16 Josef 12 Ignaz 8 Jahre also das ist ein junger Ignaz der Ignaz ist gestorben mein Dienst so dann sind noch Josef Schodel und die Vormund die bestellt sind also dieser Josef Schodel das ist auf der einen Seite auf der anderen Seite habe ich Glück gehabt dass mit den Unterschriften der Zeugen hier mir einige Namen aufgetaucht sind mit denen ich ursprünglich nichts anfangen konnte aber wo ich gedacht habe das muss so sein was mit mir in Verbindung zu bringen ist mit dem Vorfahren und zwar einen Johann Georg Milner und Johann Michael Milner unterschreiben Hausrat wie viele Möbel eventuell und natürlich auch Nutzvieh und bei der Fleischhauerei alles was da drumherum ansteht also man bekommt da auch einen Überblick über die wirtschaftliche und die soziale Situation in der die Leute gelebt haben von dem her natürlich auch sehr interessant weil es geht ja nicht nur Namen und Geburts und Sterbedaten sondern man möchte ja was über die Leute auch in Erfahrung bringen und das ist eine eine sehr schöne Quelle die man auf jeden Fall nützen sollte wo man sie zur Verfügung bekommt und wenn sie erhalten sind genau so wenn sie erhalten sind das ist ja das ist ja das ist eines der Probleme natürlich jetzt war ich natürlich noch nicht dort dass ich sagen konnte okay von wo kommt er jetzt diese zusätzlichen Informationen waren schon mal sind da aber letzten Endes Ding dann Fleischhauer waren in einer Zunft eingetragen in meiner Umgebung gibt es da Misslbach und es gibt Laar in relativer Nähe und ich bin noch Laar und habe den Archivar der Staatsverwaltung den Herrn Dr. Führengranz angesprochen und naja es wird wahrscheinlich nichts geben aber schauen wir uns an da war irgendwo ganz hinten beim Gerümpel ein Kasten und da drinnen sind tatsächlich drei vier Bücher drinnen und das waren unter anderem drei Protokollbücher der Fleischhauer Innung in Laar und ja und das sind die Teile daraus die relevant waren in meinem Zusammenhang hier steht anno 1758 Jahr und ja am Tag Corporus Christi also zum Fron Leichnam hat sich Josef Milner von Gnadendorf bei einem ehrsamen Handwerk eingeschrieben und zahlt seinen Pfähnen einverleibt hat er sich einverleibt ist auch ein schönes Wort das uns heutzutage eigentlich wenig sagt in dem Sinne aber wenn man sich inkorporiert vergegenwärtigt das lateinische dafür ist also man trägt sich irgendwo ein hat sich eingetragen in der Zunft mit diesem Betrieb in Gnadendorf eben und und hier in weiterer Folge hat er dann tatsächlich seine Söhne aufgedungen und freigesprochen und und damit habe ich die den Beweis bekommen ja dieser Ignaz Müller und diese anderen zwei Brüder die bei ihm unterschrieben haben im Nachlass die gehören zusammen und der ist von Gnadendorf und vielleicht generell noch zur Terminologie Zunftwesen also ein Meister schreibt sich in einer ehrbaren Zunft ein das heißt also er wird selbstständig meistens wird er das indem er irgendwo in einem Witwenbetrieb einheiratet weil diese Zünfte die haben sich recht geschickt abgeschottet waren das wäre noch letztendlich auch ein Dorn im Auge der landesfürstlichen Verwaltung weil sie eben wirtschaftlich eher auf der Bremse gestanden sind aber jedenfalls der Geselle macht ein Meisterstück das kostet ihm auch viel Geld er heiratet dann in einem Witwenbetrieb hoffentlich ein oder kann sich wirklich irgendwo etablieren und dann zahlt er natürlich den Jahrschilling die entsprechenden Gebühren jährlich ein und dann stellt er Lehrlinge auf und ein Lehrling wird einmal eingestellt das heißt er wird aufgedingt und die Zunftordnungen haben praktisch festgelegt wie viele Lehrlinge gleichzeitig beschäftigt werden dürfen in einem Betrieb und auch über die Lehrzeit die Ausbildung und so das hat es noch Regelungen gegeben und eigene Kinder die werden gleichzeitig aufgedingt und freigesprochen also nach drei Jahren wenn er mit der Lehrzeit fertig ist wird er freigesprochen der Lehrlinge und ist dann Geselle aber bei den eigenen Kindern die sie in der Regel so zwischen 1, 2, 3, 4 Jahren dann auch tatsächlich nach der Geburt eben aufgedingt und gleichzeitig gleich freisprechen konnten das heißt das Kind hat praktisch als 3, 2, 1-Jähriger schon den Gesellenbrief in der Hand gehabt wie man das so sieht und ja und aus Grund dieser Protokoll Aufzeichnungen habe ich das eben rausgefunden diese Protokolle die werden in Zunftversammlungen abgehalten und wie kann man sich jetzt diese Zunftversammlung diese jährliche vorstellen also bei den Fleischhörern war das entweder am Sonntag Reminiscere das ist der zweite Sonntag im Februar also in der Fastenzeit da fängt die Lesung mit Reminiscere an im Lateinischen und darum heißt es der Sonntag Reminiscere oder eben am Tag Corporus Christi am Fronleichnamstag also das ist ja ein wunderbares Beispiel wie man wie man eine Brücke findet von einer Information die einfach verloren ist oder nicht vorhanden ist und wo man dann schön weiterkommt also und dass es sich wirklich lohnt in Gemeindestuben zu gehen und dort in Kästen zu stöbern weil dort könnte sich noch ein altes Zunftbuch befinden mit einer wunderbaren Information also eher in den Städten natürlich in größeren aber sicherlich ja es ist glaube ich schon sehr wesentlich dass man bei aller Schönheit und bei allem Komfort den Matrikula bietet dieses 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 Matriken Buch das man da abgegangen ist in Gnadendorf hat sich übrigens dann auch gefunden ich konnte diese Geburts- und Scherbe-Daten vielleicht sollte man dazu sagen es ist also das ist glaube ich auch etwas was wo die Familienforscher viel zu sehr an ihrem Kastorl-Denken festhalten dass sie da ihre Daten auffüllen wollen und irgendein Datum anstatt sich auch mal mit der Frage zu befassen okay in welchem Umfeld bewegen sich meine Leute das ist genau das was du was du sagst du nimmst was aus dem Mund das ist eben dieses Fleisch was man ihm dransetzt also abgesehen davon dass man wirklich manchmal ansteht und nicht weiter zurückkommt und dann eben die Quelle wechseln muss ist es vor allem auch den Informationszuwachs den man den Gewinn den man kriegt indem man das quer verchecken kann weil man eben dann sieht aha wer hat auch das gemacht oder das ist passiert und eben also Nachlasshandlungen also Ablasshandlungen Zunftbücher dann Grundbücher Unmengen Grundbücher natürlich ja genau das sind diese Dinge die man glaube ich gerade über dieses Thema kann uns der Georg eine ganze Menge erzählen bei den tausenden von jüdischen Familien mit denen er sich beschäftigt hat ich glaube da ist das Problem fehlender Quellen nicht einmal aufgetaucht oder naja da fängt einmal schon damit an dass die Matrikenführung ja vielleicht höchstens im 19. Jahrhundert existiert also im 18. Jahrhundert da gibt es ganz Ausnahmen Prag und die Städte die halt irgendwie eine funktionierende Gemeindestruktur hatten aber dann kommt das zweite Element dazu die Gruppe ist unfassbar mobil muss sie sein überall unter Druck überall mehr oder weniger Repressalien ausgesetzt man muss sich bewegen das einzige Möglichkeit durchzukommen und einfach irgendwo in Ruhe sein Dasein priesen zu können mehr wollten die Leute ja nicht die wollen einfach in Ruhe leben aber wenn ich unentwickelt gequält und signiert werde dann gehe ich irgendwann und mobile Gruppen dann kommt die Vielfalt der Namen dazu also wenn ein Jude aus Prag weggeht und nach Bresburg zieht und in Prag hat er einen Namen wie heißt er Josef Ben Abraham dann wird er aus ihm in Bresburg der Prager und wenn der Sohn aus Bresburg nach Budapest geht kann gut sein dass er dort der Bresburger ist das ist natürlich nicht schwierig und gleichzeitig natürlich auch wahnsinnig spannend gleichzeitig kommt dazu das ist auch etwas was ich allen Familienforschern immer sage es gibt innere und äußere Quellen also die inneren Quellen können mitunter sehr sehr spannend sein das wäre etwas wenn ich ein Tagebuch habe oder Briefe oder irgendetwas das quasi aus dem Inneren des Korpus den ich da beleuchten will kommt und der irgendwelche Verhältnisse abdeckt die Behörde nicht interessiert das ist natürlich das Tollste wenn man mal sowas findet das ist bei den jüdischen Gemeinden natürlich wenn ich irgendwelche innerjüdischen Sachen wie die ihre Gemeinden Angenden und so klären und dann die äußere Perspektive und die kann natürlich mitunter total diskrepant sein also zum Beispiel ich sage das immer so wenn ich das mit Johannes Reis diskutiere da gibt es Leute die haben einen riesen Stein am Friedhof da denken sich ums die weil es muss ja irgendwer gewesen sein dann stellt man fest ja der war aus der innerjüdischen Gemeinde war der ein großer Rabbiner ein Gelehrter wie auch immer aus der innerjüdischen Sicht war der aus der außerjüdischen Sicht war das ein ganz armer Mann und da ist das nicht dann würde ich sagen da gibt es keinen Verlassenschaftsakt und nichts weil der war also für die wie der Mensch von der Sperrrelation dann kommt und sagt okay was ist da was ist aufzudehnen sagt na jede Menge Kinder aber kein Vermögen wird der armutshalber abgetan danke auf Wiederschauen ja wo nichts zu holen ist dann ist eben auch kein Material da und dann gibt es mitunter große Steine und da stellt man fest naja das ist jetzt der ist aus der außerjüdischen Perspektive ganz wichtig der war Großhändler der hat eine Riesenfirma gehabt der war womöglich vernetzt mit allen möglichen anderen das ist natürlich spannend aber das ist jetzt nichts jüdisch spezifisches sondern mitunter ich habe das mal beim Seminar gesagt es ist es ist einfach ob Archivmaterial vorhanden ist kann abhängig sein von beiden Aspekten also ich sage von einer Arbeiterin zum Beispiel oder einem Dienstmädchen gibt es vielleicht in der Regel fast nichts da gibt es ziemliche Sicherheit kein Verlassenschaftsakt da gibt es kein Grab vielleicht später ein Meldezettel aber das ist es dann auch schon aber jetzt stellen wir uns vor dieses Dienstmädchen hätte Tagebuch geführt und das wäre eigentlich erhalten dann haben wir natürlich einen Aspekt den die Behörde niemals interessiert weil was interessiert sich die Behörde warum das für die innere Motive so eines Dienstmädchen was es bewegt was es interessiert was ist ihm wichtig gibt es da Liebesbeziehung oder einfach Dinge aus dem Leben und ich glaube wenn man Familiengeschichtsforschung betreibt egal ob man jetzt die eigene macht oder Fremde sollte man halt immer genau versuchen was finde ich an möglichen inneren Quellen vielleicht noch in der Familie und was gibt es überhaupt an äußeren Quellen ich meine ein Fleischhauer ist natürlich in der Regel sage ich jetzt mal ein bisschen besser gestellt der hat schon da gibt es was wenn man irgendeinen Kleinhäusler hat oder jemand mit gar nichts Knecht Markt am Land na gut da ist wirklich die konnten die oft auch gar nicht lesen und schreiben das kommt ja noch dazu kleine Frage wenn du dir etwas wünschen könntest oder wenn ihr euch etwas wünschen könntet welche Arten von Quellen die es jetzt noch nicht online gibt würdet ihr euch da wünschen also ganz primär bei mir ich mache ja gerne so Randgruppen schwierig sind zum Beispiel Protestanten in Österreich das wäre mein großes Desideratum dass sich die evangelischen Fahnen durchringern ihren Matrikenbestand genauso gut wie es die Katholiken schon gemacht haben auf Matrikula online zu stellen weil natürlich zum Beispiel wenn ich jetzt sage ich erforsche Fabrikanten dann sind das in Österreich 19. Jahrhundert sehr oft Protestanten weil die aus Deutschland kommen weil die ein Know-how bringen weil ein Wissenstransfer stattfindet also das wäre so ein der Wünsche ans Christkind und dann natürlich gibt es so Schlüsselbestände die einfach ganz toll werden es wäre naiv zu sagen ich digitalisiere alles sondern es gibt einfach Bestände die erschließen viel mehr zum Beispiel die Bücher mit denen Gerichtsakten erschlossen werden es reicht mir oft schon nur zu wissen dass der Akt in dem Bestand sein muss das Problem ist viel eher dass man sagt naja gibt es ein Verlassenschaftsakt dort wenn ich weiß ja es gibt den habe ich schon die halbe Arbeit vom Archivar gemacht dann kann ich dem Archivar schon schreiben ich weiß ihr müsst den Akt haben wenn der Bestand erhalten ist das ist dann vielleicht der nächste Schritt das ist schon dann hat man auch ein Datum großes Beispiel zum Beispiel ich weiß jemand stirbt in Wien zwischen 1840 und 1855 ich weiß nicht wo also weiß ich nicht welche Pfarre wie grenze ich das ein naja ich weiß dass er an einer bestimmten Adresse gewohnt hat selbst wenn der in Ihren Haus stirbt selbst wenn der im AKH stirbt wird er doch von seinem Heimatgericht abgehandelt dann weiß ich kann ich es einengern das ist so die Hilfsquette das wäre mein Wunsch und Otto was würdest du auf diesen Brief ans Christkind schreiben ja also wenn ich meine Vorfahren analysiere nach Gruppen einteile da gibt es einerseits natürlich die Bauern die Landwirte die sind bei mir schon sehr stark vertreten auch auch Kleinhäusler dabei die kann man über Grundbücher recht gut einordnen beziehungsweise Dinge weiter rausfinden nach hinten verfolgen es ist auch so die die Matrikenbücher hören ja spätestens bei uns da oben 1650 auf gut laut 1590 das ist aber schon dann eine ganz seltene Sache dass etwas so weit zurückgeht gibt es schon immer wieder aber ganz selten und was noch weiter zurückgehen würde wären dann eben grundherrschaftliche Aufzeichnungen und das sind im Prinzip eben die Grundbücher und vorher noch Urbaare und so Dinge wo man natürlich nicht mehr eindeutig feststellen kann ist es wirklich ein Vorfahre von einem aber wenn die mit dem gleichen Namen draufklebt haben zurück dann kann man rund umständen ein, zwei, drei Jahre Generationen noch zurückgehen vor allem Grundbücher eignen sich auch gut in der Ortsfamilienforschung wo es eben auch darum geht mit den anderen Leuten die sich dafür interessieren so Häuserlisten zu erstellen oder so dass man dass man hier praktisch abgleichen kann das ist eine schöne Sache auf der anderen Seite ich habe natürlich auch Gewerbetreibende das sind das sind Wieseln die springen immer herum man weiß nicht von wo die kommen das sind natürlich Zunftbücher schön wenn man die alle online hätte und und dann ein dritter nicht unwesentlicher Teil bei mir das sind Leute die auf den Gutshöfen gearbeitet haben also bei uns da oben diese den Grundherrschaften direkt gehörenden und von denen auch direkt betriebenen Betriebe das waren die haben dort eben Schafe gezüchtet oder Rinderherden gehalten oder was auch immer und da waren Experten zum Beispiel in der Schafzucht und das sind Schafmeister und das sind Vorfahren von mir die waren außerdem so organisiert dass sie immer aneinander geheiratet haben also die das war im Prinzip als unehrliches Gewerbe einmal nicht verschrieben die haben so geheißen hat nicht geheißen dass die stehen oder was das ist unehrenhaft das muss man in einer ganz bestimmten Sicht sehen also das wird jetzt zu weit aber das hat dafür geführt dass die sehr stark untereinander geheiratet haben auch über weitere Strecken hinweg und da wäre es schön wenn man auch grundherrliche grundherrschaftliche Aufzeichnungen hätte das sind so die Wünsche die ich hätte ja da ist ja sehr viel im Gange diesbezüglich etwa im Niederösterreichischen Landesarchiv wo Family Search ja ganz umfassend die grundherrschaftlichen Protokolle derzeit digitalisiert also ich denke wir haben jetzt wirklich einige sehr spannende Beispiele gehört von Forschungen von Einzelschicksalen auf die man so stößt in den diversen Quellen ich denke es ist auch wichtig dass der Brief ans Christkind wirklich abgeschickt wird denn ich denke die Zeiten wo die Archive und Bibliotheken als monolithische Blöcke vor sich hingearbeitet haben sind einfach vorbei es ist einfach wichtig dass die Nutzerinnen und Nutzer mit den Institutionen eine Partnerschaft eingehen und im Dialog sind und dass der eine vom anderen weiß was er oder sie braucht und in diesem Fall möchte ich die Community herzlich dazu einladen und auffordern einfach auch die Wünsche zu äußern was sie brauchen welche Quellen brauchen sie digitalisiert dann werden die einen oder anderen Kollegen sicher auch darauf eingehen können und diese Priorität auch bei der Digitalisierung behandeln können ich habe Ihnen jetzt die aktuelle Karte von Matricula auf den Bildschirm gebracht Sie sehen hier dass die Deckung in Österreich und Deutschland schon ziemlich weit vorangeschritten ist vor allem was den römisch-katholischen Bereich anlangt und ich kann Ihnen heute schon verraten dass im Westen Bayerns eine ganz große katholische Diözese demnächst mit 1000 Pfaren online geschalten werden wird und damit der Datenstock von Matricula ganz massiv erweitert und bereichert wird das ist auch der Grund warum letzten Wochenende Matricula leider nicht ganz so gut funktioniert hat weil eben einfach diese unglaublichen Datenmengen sehr vieles lahmgelegt haben ich möchte den beiden Kollegen Georg Gaugusch und Otto Ammon an dieser Stelle auch ganz herzlich danken dass sie sich heute Zeit genommen haben um mit uns zu diskutieren dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken ich kann mir natürlich nicht den Hinweis verkneifen sollten Sie noch nicht Mitglied bei Icarus for All sein und die Anliegen des freien Zugangs zu Archivalien fördern wollen dann werden Sie doch Mitglied unserer Community auf der Webseite Icarus EU Icarus for All finden Sie alle nötigen Infos dazu und ansonsten freue ich mich sehr möglichst viele von Ihnen dann in einer Woche wieder zu sehen selber Tag selbe Uhrzeit da sprechen wir dann über die Quellen aus der Schuhschachtel vom Dachboden von der Großmutter von der Malitant was auch immer wie können wir diese Quellen aus Privatbesitz sichern und zur Verfügung stellen und da befindet sich wir haben es heute schon gehört ja ganz viel Fleisch für die Familiengeschichte dabei für das Skelett des Stammbaums und ganz besonderer Dank an Georg Gaugusch und Otto Amund für die Teilnahme heute und vielen Dank auch an Christina Eggerling für die Promotion dieses Events heute von unserer Vereinsseite und ein ganz großer Dank auch an Comp gehen dass wir diese Veranstaltung mit euch in Kooperation durchführen können beziehungsweise auch die nächsten werden und wir freuen uns weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit in diesem Sinn einen schönen Abend noch und passen Sie gut auf sich aus auf alles Gute